Die Rentnersuche von Hungriger Hund. Du bist der Beste! Groß, 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 grüße! Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Jetzt ganz unter uns. Wenn du jetzt Kahnmann hetzt, wie man jetzt mal von dem Szenario aus, du hetzt Kahn, wäre hier dein Typ los. Hat er gesagt, ja oder ciao? Hab ich jetzt nicht verstanden. Wieso muss mir sowas immer passieren, Mann? Wie ein Profi hier. Guckt genau hin, wie man es macht. Kein Unfall. Das zählt nicht als Unfall. Ich war natürlich mit anderen Autos. Das wird drauf, ja. Bruder, der ist rübergezogen. Knossis Stadtrundfahr durch Hamburg. Wo fahrt ihr hin? Halt in den Rundang. Ach so. Okay. Wartung! Ja, in Ordnung. Lass mich mal funken einmal. Nein, nein. Lass mich da funken. Einmal die Fahrzeugpapiere, bitte. Ausweis. Okay, war nur Spaß. Geht auch, ey. Dicker, wieso wird Knossis so gehatet? Ja, ich gehe ja schon nach Hause. Ist doch gut, Mensch. Krass ist es hier direkt am Wasser. Den flimmsten da, ey. Ausland, Callfamilie. Da werde ich mal bissl Krach machen. E-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Geh dann ins Handy, muss noch laden. Gute Nacht, Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Danke, Mama. Die hat so ein Gerät. Ostern, Natulien. Ciao. Habt ihr Probleme, oder was? Na, blöd. Ey, ey. Was ist das denn, Alter? Ich will die Tür aufmachen, Alter. Ein Fluchtwagen, was ist das? Ey, das k*** mich so ab, Mann. Ich mach die Cam extra hier hin, weil hier nie was ist. Und jetzt den ganzen Video hätte ich sie... Ja, true. Ohne Witz, es kotzt mich auch richtig an. Immer schiebt man seine... Man schiebt seine Scheiß-Cam hin und her. Dicker, ich bin nicht ungewohr, wo ich einen Knopf drücke. Und meine Cam ist da, da oder da. Ich muss die immer wie so ein Opfer hin und her schieben, Alter. Bei Gott, ich fühle so sehr, was Sascha sagt. Das ist so dumm. Dieser Ben sagt, ja, schieb deine Kamera da hin. Und dann bleibt die da. Und bei allen anderen muss man immer gucken, dass man irgendwo Platz findet. Oh, ich will reagieren. Tu deine Face-Cam irgendwo hin. Nee, ich tu sie jetzt da hin. So. Die rechts unten lassen können. Okay, Sascha. Fürs Streamer packt eure Face-Cam oben links, oben rechts. Unten rechts und unten links hin. Mmmh, damn. Auf der anderen Big-Baba-Bubo-Position. Und ich könnte schwören, der nächste Clip ist rechts unten, der Streamer. Hey, wieso so viele... Hey, das ist schwierig. Ich reagiere auf die Sache und dann kommen meine Reactions wieder hier drin vor. Und dann reagiere ich wieder. Oh, Gott, the fuck. Jetzt muss aber den Clip nicht nochmal reinmachen. Nicht, dass ich Spann kriege, weil ich hier Spann zeige. Oh, Baby. Was ist das? Was ist das? Uff. Tschüss. Oh. Ich schwitze voll jetzt. Mann, ich habe das Gefühl, ich muss kommen wieder. Was haben die gemacht? Haben die Heroin genommen? In Stream? Hier geht es echt nicht gut, Mann. Tschüss. Oh. Als M***el, Höchsteinsatz und direkt ein Ass. Gut. Zehn König, Dame, Bube. Gut. Ja. Ich habe es doch gesagt. Alles gut. Wir sind Ariel. Guck auf das. Mann, Alter. Seit wann ist denn Jens so unangenehm geworden? Das kennt man doch gar nicht. Der war doch immer voll der coole und nice Entertainer so. Aber irgendwie ist er, also, ist er, ist er. Einfach mal winken. 30 Sekunden. Es ist vorbei. Ey, ey, es hat mich sehr gefreut vor allem. Weißt du, ich denke nur so. Koks hat ihn verändert, ja, stimmt. Stuhl für Türsteher. Willst du den Stuhl haben? Denise, danke schön. Was war das für ein Fantreffen? Was hat er da gemacht? Was ist das? Ist das, ist das in der... Was ist das? Was ist das für ein Geschäft? Was war das? Was für ein Geschäft ist das, Chat? Einweihung seines Stores. Der hat einen Store. Jens Knussala hat einen Store. Also, Angelcamp-Store für Angeln. Eine Angel-Kollektion. Ja, voll geil. Pop-Up-Store für Angeln. Hat jemand Pizza bestellt oder was? Für wen, für wen? Hat er den jetzt geschickt? Nee, also, es ist jetzt auch nicht... Also, ich hab's jetzt auch nicht vermisst. Security. Dann sag ich doch mal herzlichen Dank, ne? Warum schreiben so viele Drachen-Baut bei dir? Ja, ich weiß nicht warum. Scheiße, wieso den Drachen-Baut-Chat? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. So, das ist eine gute Idee. So, Kollege, jetzt kannst du mal zwei Karaten ziehen, sag ich. Oh, jetzt kannst du nicht ausstehen. Das beste Rentner-Duo. Ja, scheiß drauf. Bei Teammates. Ja, ja, genau so. Ja, egal, wenn Monte genauso liebevoll fickt, dann geil. Alter, Kai. Geschummelt. Wie oft das passiert während der Show? Kai wirkt auf mich sehr ruhig. In seinen Augen, das Eisblau, über einer Platin-Daytona. Verfügbar. Wie, das fällt, das fällt überhaupt nicht auf. Was? Digga, das muss doch so weh getroffen haben. Oh mein Gott. Alter. Noch? Ah, da haben wir sie. Ja, da lübt er schon. Oh, der war jetzt überaus gelungen. Auf ner Buchsehude fährt normalerweise Lamborghini. Da klebt er, der Monte. Wir werden jetzt ein Spiel spielen. Ich werde noch höher gekommen, ich werde rüber gesprungen, ich sag's euch, Chad. Dass du nicht mitmachen kannst. Welches Game ist das? Das muss ich erst mal bestimmen. Ist es ein Wissensspiel oder was? Das wird schwierig werden, das wird viel Druck, wenn einer geht dann noch von unten. Drei gewinnt. Drei gewinnt, du meinst, äh, Tetris. Dann legt man auch nicht mehr durch mit den ganzen Masken, sag ich euch ganz ehrlich, Digga. Also eigentlich gibt's nur zwei Masken. Ne normale und ne FSP-2-Maske. Äh, die heißt, äh, SSP-4. Alles gut, Bruder. Der benutzt auch immer noch die PS4, obwohl er eine PS5 hat, Digga. Geh mal in Google und gib Shaden Rook ein. DvP-Maske. Shaden Rook. Pussy. Warum googelt man sowas? Die macht Pornos. Du musst doch nicht nach der Pussy von der Googlen, Kevin. Bist du dumm? Der googelt gezielt nach der Pussy von einer Pornodarstellerin. Digga, die kannst du überall im Internet sehen. Du musst nur ihren Namen auf Pornhub eingeben. Du musst doch nicht gezielt nach einem Pussypix. Was ist denn mit? Ups, da hat's mich geschüttelt. Fünf Euro. Für das Euro-Donation? Oha, danke dir, Digga. Papa, Platz ist das, ne? Kuss, Digga. 500 Euro-Donation? Kuss, Digga. Digga, so geil, Digga. Du musst deine Streams dann auch Baba, okay. Aber für mich vom Gesamtpaket, der beste Streamer einfach, wenn ich das vergleiche auch mit international, wie gestreamt wird, ist für mich einfach, ist Kevin. Hey, währenddessen bei Kevin. Okay, wir sind unter 60 Sekunden, Freunde. Wir sind unter 60 Sekunden jetzt noch. Holy shit. Ich heiß' Reesmann, dass er steht für dicken Sch***. Wenn deine Mom kommt, hau' ich dir ganz aufs Maul. Was hat er? Ist das ein Schlaganfall? Stimmt doch gar nichts mehr. Der war besser als von Kevin. Ein Moment. First try. Ich fand dich gestern, sahst du so gut aus. Und heute? Da muss man doch nicht nach Pussy besuchen. Heute vielleicht siehst du nicht so gut aus. Oh, 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 oh. Ich will Händchen halt mit dir. Ja, und dann? Ich hab auch Assi-Hunger, ich bin gerade wirklich auch echt gewasted. Ah! Man, kein Bull, oh nein! Oh Mann, na gut, dass ich hier überall Tücher hab, dass ich das wegmachen kann. Ich wichs nicht am Arbeitsplatz, das machen nur Perverse und ich. Ich heiß' Reesmann, das... Blum, 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 blum. Weg, 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 weg! Ich will dich nicht verlieren Hä, ist das Video schon vorbei? Warum ist das Video so plötzlich vorbei? Das ging doch noch weiter oder nicht eben? Habe ich irgendwas verpasst? Das Video ist vorbei Warum? Warum ist es schon vorbei? Was soll das? Hä? Ich habe mich auch auf viel mehr eingestellt Ich war gar nicht bereit, dass es vorbei ist Okay